Moin 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 Leute Willkommen zurück zu Generation Zero mit der Schnocher und der Puba Gott war doch schlecht Ach da war meine Begrüßung wesentlich besser Welche? Du hast nicht mal die Leute begrüßt du Idiot Du hast nicht mal Hallo gesagt Du Spacken In der letzten Folge So hier ich hab sie gefunden Ach da Ich hab sie gefunden Und Raketenwerfer Ich hoffe ein guter Mission abgeschlossen Oh ein Raketenwerfer Ich hoffe ein guter Hat die klappt Oh ist da auch noch einer Zack Noch ein Raketenwerfer? Nee Dude Ja ich hoffe ein guter Ein guter Dude Guter Dude Ey ich bin jetzt so überladen Wie viel Zollkasten du ausgepackt ihr habt Das zu Ich hatte einen Haufen Erste Hilfe ist jetzt noch ausgepackt Die wiegen mich ja schon Ich habe hier diese großen Erste Hilfe Oh das ist ein 5 Sterne Dings Granatwerfer Echt? Ja Also Raketenwerfer Tatsache Alter 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 Einen Platz zu weisen Ich habe jetzt gerade den anderen abgerüstet Weißt du Achso Ergänzung 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 Meinst du ob es noch eine Stufe 6 gibt? Da das gelb ist Würde ich sagen Nein Die Frage ist was ich jetzt wegschmeißen kann Was hier alles so Was so schwer ist Und welche Muni wieder Stimmt Brauchst du noch Muni? Ne Wird weiß ich Wissen nicht was du hast Was hattest du noch mal als Na jetzt bei meiner AK habe ich 7,6 Warte Dann gebe ich dir hier mal Muni Oder? Gehe ich hier mal ein Säckchen in die Licht Ne 800 Schuss oder so Oh Dann bin ich bestimmt zu schwer danach Jo Merkst du das selber ja So Jetzt muss ich selber aber erstmal Die ganze Muni genommen Ja Gut Ich muss jetzt selber meine Waffen einmal durchswitchen Okay Also ich habe keine 7,6er Ich habe die 5er dann Was haue ich denn dafür weg? Das waren 3 Kilo fast Wenn du 5,6er hast Wenn du 5,6er hast Nicht viel Ja nicht viel reicht ja schon Und die 9mm Vollmantel MP MP spielt es ja nicht ne Ist ja wirklich nicht viel Doch MP habe ich auch Und dann ballert die auch noch weg Das macht man sich leichter Verstehst du? Äh Kann ich benutzen So Ich habe keinen Platz für diesen Scheiß Meine Feuerwerke reichen mir Weil als die Als die gerade alle da Oder mit 3,4 Auf Leute die ist auf der Brücke waren So erstmal looten hier Ach Stahl So warte mal Ich markiere erstmal ein Ziel Da müssen wir ziemlich weit laufen Nichts Neues Das ist äh Übrigens Hauptmission Ach da hinten hin Da können wir doch erstmal zum Unterschlupf reisen Oder nicht So viel schneller Das können wir auch machen Ja Zwisch Unten zum Unterschlupf Ja Zum Holzfällerdings da Ja Bin schon Bin schon unterwegs Gute Idee Gute Idee Herr Schnorrer Please don't chubs me Danke So Ich will bloß hier noch Das auch aktivieren So Moin So Dann wollen wir da mal hin Dann müssen wir ja wieder unten Bunker noch machen Das war wieder ein Bunker freispielen Aber dann müssen wir wieder diese Barcodes sammeln Ich frage mich bloß was Was danach kommt Ja dann machst du wieder Missionen Also da sind ja noch drei oder vier Bunker Ja aber was Was noch so viele Bunker Ich glaube das waren noch ein paar Hat mal Minken-Utan und Hemmelin Stimmt Steht ja gerade oben links Und das kann aber auch sein Dass Diese Codes nur droppen Wenn wir das vielleicht aktiv haben Weil da steht ja immer Du musst in einer bestimmten Region Die Die Barcodes kriegst du nur in der Region Nimm mal Ja entweder in der gleichen Region oder in der anderen Oder? In der Region wo der Bunker ist Kriegst du die Barcodes nur Aber für diesen hier haben wir doch in dem anderen In der anderen Region die Barcodes bekommen Ist ja noch Loot Das heißt wir waren hier noch nicht Oh ja Muni 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 Ich kann gar nicht so viel mitnehmen Ich muss jetzt echt mal Nur die 7 6 Uhr mitnehmen hier Oh das ist mein Gegenstand Schon wieder Alter Ich hab mal weg Du bist einfach zu fett Oh jetzt hab ich das Sanitätspack genommen Wie und die Konserven hast du schon alle alleine aufgerissen Ja da kann ich nichts mehr nehmen Du kannst ja wohl von deinem Bauch mindestens drei Jahre zehren Sprinten deaktiviert Siehste Ich schmeiß mal das Holz weg hier Ja Ja ich glaub wir müssen mal wieder so einen dicken fighten oder? Damit wir keine Muni haben Mh toll Obwohl ich jetzt bei der MP gar nicht so viel Muni hab Ist da irgendwo einer haben oder? Ne ich warte bloß auf dich Oder guckst du dir den Sonnenuntergang hier an? Beautiful Ich mein Aussehen tut das schon geil Mh 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 Dann kommen wir doch wieder nicht durch Das kann sein Da wo wir durchkommen ist ein Dicke Wollen wir lieber links rum gehen? Ah hier können wir über den Zaun hüpfen oder? Natürlich nicht Dreck Ich glaub hier vorne ist ein Eingang Hier ist ein Tor Oh das sieht hier schon wieder so groß aus So viel Loot Das mit dem Sammelgegenstand war ja echt Bisschen hart Sprinten deaktiviert Das ist echt ein bisschen räudig Brauchst du noch Ich nöge es erstmal mit Brauchst du noch irgendwas? Nein Bist du irgendwas haben? Nein Sondern nicht die ganzen Aufsätze Die ich hier irgendwie mit habe Keine Ahnung So ich sammle jetzt hier nichts mehr ein Wieso bist du denn schon wieder so weit weg? Kann man hier dann wenigstens in die Häuser rein? Auf jeden Fall Vierbeiner Zwei Vierbeiner hier schon Also die kleinen vier beinahe Finde den Funkmast Hallo wir sind da Spüre den Tick der das Signal stört Das äh Was dann? Falls die Russen hier auch einmarschieren Ich nicht mit dir kämpfe Hä? Na hallo wir sind da Mit dir kann man nicht sneaken Welche Russen? Welche Russen? Hier kommen noch keine Russen Ich verexplode doch gleich wieder alles, oder? Oh du bist so ein Idiot, Alter Was denn? Ja ich bin tot Ach klar Als ob Bist du jetzt extra hochgelaufen? Hast du erwartet bis ich reinkomme Und schieße kaputt, oder was? Alter kann ich doch nicht riechen Wenn du auf das Ding schießt Dass es hier alles hier bumm macht Hä? Ich habe nicht geschossen Ne Das meinte ich doch Wenn man als allgemein Mann Ja aber das ist doch jetzt Die letzten acht Male Wenn wir in so einer Halle gelaufen sind Passiert Aber doch nicht Wenn wir auf den Elektrokasten geballert haben Du hast auf den Elektrokasten geballert? Ja Achso So das war's Teste Teste mit dem Funkgerät Ob der Funkverkehr wieder hergestellt ist Da kommt wieder wahrscheinlich Eine zerstückelte Nachricht Und wieso was? Auf jeden Fall So ich habe eine Mission aufgenommen Level up Neue Mission Finde raus Okay Erstmal den Punkt verteilen Fertig geht Einfach ein Level up Oh ja So Wir haben eine Nebenmission bekommen Juhu Yay 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 Guck mal wir haben ja hier links noch da unten Südlich Das Gebiet Und ganz rechts da die Inseln Keine Ahnung ob man da hin kann Da steht zumindest keine Namen Deshalb wird es bestimmt DLC sein Vermutlich auch Aber ich sehe hier irgendwie zwei Nebenmissionen Auf meinen Mini Radar Einmal bei der 1 Und einmal in die Richtung Oder ist das wieder Wo bist du denn hin Da Ich sehe einmal in die Richtung Auf dem Mini Radar 1 Und da wo ich die 1 gesetzt habe Ich sehe gar nichts Lass uns erst mal zu eins Ja Muss auf das gucken Wo wir hier wieder raus Oh Kampf eingetreten Oh Noch inner Easy Hast du gut gemacht Stolz auf dich Gute Ansage Noch inner Noch inner Hinter uns Was sagst du Die AK die macht richtig Damage Ja Faustfeuerwaffe Räuchte nicht Welches Level hast denn du jetzt Wo sehe ich denn das Weiß ich nicht Beim Kampf zu Ende Ich habe jetzt 17 Bestimmt Bei Fertigkeiten Level 16 bin ich Wann habe ich Wie soll ich dich denn Hier ist eine Mission Yay Du bist jetzt Level 17 Ja Oder Also ich bin kurz vor Ich bin 16 Sorry Jetzt habe ich mich Verguckt Du hast denn Demission Aufgenommen Ja Cool Die ist hier sogar So wie es aussieht Jo Die ist hier gleich nebenan Diese Die sehe ich jetzt wieder nicht Das ist aber bestimmt Die Die er mir hier Auf den Radar anzeigt Warte Und dann Gehen durchkommt Ich bin durch Genau Hä Ja wer ist denn hier Ja wer ist denn hier Ja wer ist denn das Ihr macht Ich habe mich zur Seite Dreht Und hüpfen Und dann bin ich durch Das war geil Wie er geguckt hat Hier wo die Diese Lupe ist Oder Vermute ich mal Die sehe ich nämlich auch Oh das scheint wieder was in Container zu sein Und da ist was draußen drauf hinmalt Schmuggelware Mission abgeschlossen Ach das war es schon Hier stehen noch Waffen So viel Scheiß Ich bin gleich Ich bin jetzt schon wieder Mitnehmen Mitnehmen Ja erstmal mitnehmen Erstmal wird jetzt alles eingepackt Zumindest zwei von drei Waffen dadurch Zack Was hat denn eine Autobatterie Irgendwie Granaten Ja die Die machen ja alles schwer Ich bin jetzt bei 70 Kilo Ich bin bei 68 Mal gucken Wegen den Waffen So das Funkgerät brauche ich ja nicht So was waren das denn für Zwei Automatikgewehre Vier und fünf auf blau Okay Jetzt hätte ich gerne gewusst Ob ich beide auf blau habe Also ich habe auf blau Also blau ist ja dreier Stufe Die hast du locker auch Die Vierer Kannst ja eh wegschmeißen Außerdem nimmst du doch Die Arcade Aber die Vierer Macht ja mehr Damage Die Vierer macht mehr Damage Als die Fünfe Ja Aber Damage ist ja nicht immer Damage Damage ist immer wichtig Damage Damage Ich hole noch Das tolle Haus Na 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 Brauchst du hier diese Keil 12 Flinten Laufmonition Also das ist ja für meine Schrotflinte Ja Ja dann liegt die hier jetzt Diese blöden Rauchgranaten Dem wird er auch nie Oder Warte mal habe ich Grauchgranaten Ne habe ich nicht Ich hätte sie auch weggeworfen So das war es jetzt schon Mit der Nebenmission hier Ja Die haben wir jetzt abgeschlossen Aber er zeigt mir immer noch Zwei Nebenmissionen Oh hier Schlösser knacken Alter 16 Gramm Muss ich noch verlieren 16 16 Gramm hast verloren Muss ich noch verlieren Erstmal schießen Ich kann vielleicht hier Handfeuerwaffen Muni Ich gehe hier erstmal Ich gehe hier erstmal rein Und werde wieder Mach mich wieder voll Ah jetzt Dann machen wir erstmal Ein Folgenpäuschen Ja Hier drinnen kannst du auch Nochmal looten Ich brauche nichts Ich bin zu schwer sonst Hier war nochmal Eine schicke Waffe Ja Wenn es keine AK ist Auf Legendary Ja na klar Interessiert ihn das nicht Richtig Richtig So Gut Warte ich komme noch Schnell zu dir rüber So Hier vorne Zeigt er mir Ach hier ist noch Eine Nebenmission Die ich aufnehmen kann Ah ok Mission 3 von 3 Finde die Schmuggelsendung Vorzugslieferung oder so Achso Doch Vorzugslieferung Ich habe das letzte Gefecht Und Vorzugslieferung Ist dann 1,1 Kilometer Am Norden Da an der Küste An der Nordsee Küste So dann lass mal Folgenpause machen Aber nur weil du es bist Juhu Witz Bedanke mich Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss